Hallo liebe Weinfreunde, es ist Spargelzeit und ich möchte euch heute ein ganz kleines Rezept mal sagen, das ihr so ganz unkompliziert kochen könnt, mit grünem Spargel und unserem Brotting dazu. Einfach Nudel kochen, die beiseite stellen, dann Sahnesauce machen, mit ein bisschen rohen Pesto mit rein und wie gesagt, grüne Spargel in die untere Drittel schälen, die kleinen Schnaden mit ins Pesto mit rein, in die Sahnesauce, dann in die Pfanne die Nudel anbraten, mit ein bisschen Olivenöl und einfach die Spargel mit der Pesto-Creme über die Nudel geben, anbraten, hinstellen, servieren und unseren Rotling dazu probieren und servieren. Viel Spaß beim Nachgucken, euer Weinfachbrater, Nabebauer.